Der Tod der Zielperson wurde bestätigt. Du wirst niemandem mehr Schaden zufügen. Du hast die Wahrheit, Leben oder Sterne. Ich bin Black Cat. Train Halfnit. 14. Der gefährlichste Killer von Kronos? Egal ob die Apostel des Planeten oder Kronos, ich werde nicht zulassen, dass ihr euch gegenseitig umbringt! Ich habe verstanden, ob wir die Kämpfe küsst. Das habe ich von meiner besten Freundin gelernt. Ich schieße nicht, wenn ich nicht will. Du bist wirklich ganz schön stur. Weiße Milch und rote Milch. Gelbe Milch ist oh so bad. Das ist unser Milchfest hier.